Freut euch doch, dann können wir mehr Rocket League spielen. Das kann ich ja nicht mal aufnehmen, Alter. Da denk ich, scheiße, was ich hier grad hab. Na doch, Versagen kann man auch mal, das ist auch gut. Ja. Willst du aufnehmen, wie du jede Sekunde stirbst? Oh, geblendet. Das ist doch mir scheißegal. Oh, vielleicht. Gibt mir das Spiel Spaß, sondern darum, dass ich dachte, das wäre gut. Boah, die... Was ist denn jetzt schon mal los? Ja, der Simus hat mich direkt weggeschossen. Ey, ich hab gedacht, ich hab ihn getroffen. Die kommen vom VA lang, kommen sie hinten lang. Ich hab gedacht, ich hätte ihn getroffen, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Der Bot lebt länger als ich. Was ist das denn, Scheiße? Hey, bei uns im Sport. Scheiße, der lebt sogar noch. Was zur Hölle? Boah, den Ernst, oder was? Scheiße, wir wurden von dem Bot quasi... Scheiße, Achtung. Der Bot ist eindeutig ein Camper, ja? Ja, der Bot carried uns glaub' gerade. Ja, richtig heftig. Aber so gut carry'n tut, der Bot muss nicht. Scheiße. Sonst nicht mal nen Entschärfungskip zu kaufen, so schlecht, die wir sind. Ja, seine Scheiße. Die blenden ja noch nicht mal die Bombe. Jetzt sind wir schon tot. Ja, echt so. Ich hab geblendet, so. Toll. Ach, ich bin so dumm. Warum schau' ich nicht weg? Ich mein, lass mich jedes Mal blenden von denen, Vollidionen. Was magst du? Sag mal, wie... Was ist denn das? Simus, tötet einfach mal instant zwei Leute nacheinander. Oh Gott. Mich auch. Alter, das Problem ist, ich bin immer ein Klick schneller wie ich. Ey, die kommen so viert, was soll ich machen? Fick mir doch in den Arsch. Oh Gott. Ähm, Cem, ich bitte dich. Wir müssen auf jeden Fall endlich mal unsere 10 Ranked-Spieler spielen, also damit wir eingelevelt werden. Dann werden, dann spielen wir nur noch gegen Leute, die ungefähr so gut sind wie wir. Weil, jetzt spielen wir grad die ganze Zeit gegen, gegen random Leute. Dann findet die mal. Da gibt's genug. Sobald man mal einen Rank hat, dann spielt man immer mit, gegen Leute mit ähnlichen Ranks. Aber wir haben noch keinen Rank. Weil wir müssen erst 10 Spiele gewinnen. Damit das Spiel herausfinden kann, wie gut wir sind. Ja, die sind in den Tor. Ja, Jeremia, das war auch eine gute Idee, die reinzurennen, oder? Nee, ich wollte eigentlich links davon nahe gelaufen. Von Talis, pass mal auf rechts auf die Kiste hier. Ah, Fick dich jetzt. Ja, ich will rausgehen, das regt mich grad so auf. Ja, das ist gut. Fick mal der Poist nach oben. Toll, die kommen wohl unsere Spawn unten aus. Naja, wenigstens hab ich einen mit der AWP getötet. Yay! Kann sich wahrscheinlich noch 10 weitere AWPs kaufen, aber naja. Ich, ich kaufe schon gar kein Entschärfungskid mehr irgendwie. Ja, ja. Lohnt wieder gar nicht. Ja, ich, ich bleib treu. Ja, ich hab... Man weiß ja nie, plötzlich kommt es doch mal dazu und dann denkt man sich, Scheiße, hab ich kein Entschärfungskid mehr bei. Dann rotte ich heute das ganze Team aus. Oh, um Gottes Willen, nur noch 17 HP, der hat mich direkt getroffen. Zum Glück nur ins Bein, oder so. Alter. Ja, ihr müsst mal schon sagen, wenn links oder rechts jemand kommt, gell? Ja, ich kenn mich auf der Map nicht aus. Ich weiß nicht, wo, wo und was ist. Ja, keine Ahnung. Bei B ist nichts los. Ja, die sind echt gut mit ihrer AWP. Ja, aber also wenn man, wenn man AWP kann, dann äh, ist das ziemlich gut. Ja, der ist, der ist echt gut, der eigentlich. Was habt ihr eigentlich für ein faden Kreuz drin? Pass auf, Simon, genau da reicht sie jetzt. Pass auf, rechts, rechts, rechts. Scheiße, hab ich zu spät gesehen. Naja, das Problem ist, ich hab kein Geld für eine AWP. Ungünstig. Ja, das ist wirklich ungünstig. Wenigstens hab ich grad immer Geld für eine gute, für eine M4. Versuch's mal mit einer Pistole jetzt. Halt jetzt mal mit der Dessertiegel drauf. Simonius wurde ausgekauft, nur. Ja, ich hab... Ah, ich nehm einfach um, ich nehm einfach um den Kaffee. Ich mir jetzt aber egal, ich nehm jetzt meine Schrotze. Schrotze? Kann ich vergessen, Klaus, entschuldige. Alter. Da ist einer snipert, Achtung. Ja, ist eine Bombe. Ja. Snipert, wie gesagt. Boah, ich hab immerhin 31 Schaden zugefügt. Wow. Ja. Hey, das ist ein erster Erfolg, ja. Wir können jetzt ruhig mal klatschen. Alter, dein Ernst. Auf die eine Bombe rein, der tut. Wow. Jetzt kommt der von hinten auch noch. Oh, oh. Kann ich eigentlich total vergessen, Alter. Wie viele Runden gehen die scheiße noch eigentlich? Ja, wir werden halt mit Leuten eingeschuft, die... Die sind tausendmal besser wie wir. Guck dir das mal an, Alter. 3 zu 11. Ja. Deswegen, dieses Ranksystem ist nicht wirklich so längst. Ich glaube, es ist gerade mal seit meiner siebte Runde, die ich gewinnen müsste in diesem Spiel. Aber wir gewinnen leider nicht. Und... Doch! Ja, der war super. Ja, der war super. Aber bleibst du eigentlich auf Dauer vorher oder... Nein, auf Einzel. Auf Einzel. Aber auch kann ich vergessen bei dem Spiel. Ja, höchstens du trainierst, solange bist du es kann. Ja, das kann ich vergessen bei dem Spiel. Da verziehst du so viel. Du, also wenn man sich mal die Profi-Spiele anschaut, dann gibt es schon ein paar Spieler, die auch da aufweier teilweise auf recht weite Entfernung ziemlich gut können. Kaufe dir den Nagev und halt auf die Füße an den Typen. Dann geht das auf. Wo ist die drin? Der ist beim MGS. Jetzt wollen wir den Nagev reinrennen und alles Platz schießen. Das ist meine Idee. Boah, immer diese ABP-Leute dahinten. Hey, die sind sehr gut. Ja, ich bin echt überzeugt. Nein, 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 nein. Also als Team arbeitet es so gut zusammen. Na du, Missgeburt jetzt. Kriegst du's drauf hier. Na gut sind's auf jeden Fall. Das ist ja da ganzes Problem. Ey, Cem. Warum hat der denn so ein Musik-Symbol da drin, sag mal? Ey, du Tricks, du Wusser. Wie die einfach bis jetzt alle Runden dadurch gewonnen haben, dass wir uns alle getötet haben. Lieber einer aus unserem Team MVP. Nein. Noch drei Runden, dann ist der Kraus vorbei. Ohne Witz, hat kein Druck mehr. Soll ich's halt manchmal. Halt die Fresse. Das ist meine erste Weltkampfrunde, die ich verliere. Ja und? So scheiße war noch nie. Ja und? Ja, ich war noch nie so scheiße. Ohne Spaß. Ich renne jetzt einfach nur rum. Oh man. Ach scheiße. Die blenden wahrscheinlich gleich wieder. Ja, der hat jetzt grad schon eine geblendet. Wenn der ist tot. Wow. Ein Wunder. Weißen tot. Neger, Wichser. Ich hab Bombe. Äh, äh, psst. Ey short, ey short, ey short. Ah, 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 ah. Rechts von dir, Mia. Rechts von dir. Genau da auf der Kiste. Genau da kommt er. Bitte. Was? Ach du Kacke, was geht denn hier ab? Warum sind wir jetzt nicht? Da kann gleich noch mal einer kommen. Da ist einer. Da ist einer. Wo, wo, wo sind sie? Äh, äh, ah, ah short, oben, wo Jeremias ist. Ach du Kacke. Ich find keinen mehr. Toll. Bleib da, bleib da, bleib da. Oh man. Guck rüber, rüber, Jeremias. Wo rüber? Rechts, da wo die Kiste ist. Kommt da. Die Bombe ich in mir aufkobere. Da ist er dann tot. Genau da war er grad noch. Der 1-Stinner. Boah, wenn du den jetzt tötest, dann haben wir eine Runde gewonnen. Ja. Es geht grad um alles. Er, er, er hat bei B, bei B geblendet. Was soll ich hin? Ein bisschen gerade, gerade runterspringen. Ich heb dir ne gescheite Waffe auf. Ja, die, ABP ist eigentlich ne gescheite Waffe. Ja, aber gut. Der, Mierias. Ach du, der kann, der kann in deine Richtung zielen. Der, wahrscheinlich sitzt da rechts oben, oder äh, hinter der Wand. Was macht das? Was macht das? Was macht das? Es sitzt da alles in Feuer. Da oben ja in diesem Durchbruch da. Du musst, du musst rüber gehen, sonst setzt du die Bombe, dann haben wir eh verloren. Von mir erst. B ist die Glitter. B ist rechts unten. Rechts unten. Von mir. Hinter dir. Wenn ich die Bombe auf, oh. Ja, ich wollte grad noch so, aber der hat auch ne AWP. Ja, das war ne AWP-Durelle. Immerhin, immerhin. Aber das war die beste Runde bis jetzt. Ja, bis die Runde. Unsere beste Runde war es auf jeden Fall. Meine Bestung. Ja, haben sie halt mal ein bisschen kurz Tschüss gekriegt. Deine beste Runde ist auf jeden Fall. aber er ist eh kein Defusing-Kit, deswegen wäre er eh hochgegangen Nein, ich hatte eins Oh Femmes nehme ich mal tatsächlich mal ne MG Wenn ich einfach auf die Füße halten, Klaus, nein, Spray, dann geht's da Ach du Kake, nicht mal mit der Ey, er gibt mir mit der AK von 10 Kilometern nen Headshot, das geht doch nicht Ja, das ist echt so Das geht Sehr gut, wenn man dann genug übt, kann man das nicht sagen Kannst du den Zweit, links oben auch noch einer Nein, der Bott ist der Beste, der geht mir auf den Sack, Alter, der Bott, kann man den Kippen? Der Bott ist hier, Alter, der geht richtig ab, Mann, der schau ich grad zu, Mann Der geht richtig ab, du Kippen Der hat noch keiner als den Kippen Und, der hat noch keine, hey, der hat noch volles Leben, Mann Vor allem, das ist der immer der Letzte, der überlebt Ja, weil der immer sich auf seine Gefäße raushalt, der geht immer irgendwo hin, wo ich Boah, scheiße Also Klaus hat auf jeden Fall viel Geld, muss man sagen Ja, ich kann euch Waffen geben Dann kannst du mal ein paar AWPs droppen Endlich fertig Ja, der Teamwechsel und dann noch eine Runde, quasi Das dürfte jetzt die letzte Runde sein Was braucht ihr? Ein paar AWPs Lass einfach alle auf B Wir haben eh kein Geld mehr Boah, ich hol mir jetzt mal Zeus Lass einfach alle auf B, wir haben kein Geld mehr Lass einfach alle auf B, Russian Los rennen, einfach rennen Ich hol mir jetzt einfach den Elektroschocker Da wirst du ein Messer in die Hand und zu B Messer? Mit Messer, da rennt man am schnellsten Ne, ich hab meinen Elektroschocker geholt Warum auch immer Alter, die sind schon da! Was zur Hölle! Da lauf ich hier durch Sehr gut, Jeremias Du bist super Komm Jeremias Wo war der? Wo war der? Jawoll! Nicht mir, Jungs Ich geh auf A Das ist jetzt die letzte Runde, oder? Hey Noch einer, noch einer Aber wo? Wo ist der? Wir haben gewonnen, sage mal Was zur Hölle? Also, lohnt sich doch Oh, der fuck Wie konntest du spazieren? Boah Oh Gott, ich hab deine Bombe Dieses Mal zu A waschen A, A, rennen rüber A, Simon Äh Renn die Bombe von euch Ich Ja, dann rennt zu A Nimm ein Messer in Hand und rennt Zu A Und Klaus, versuchst du so schnell wie möglich auch noch zu blenden Falls, falls niemand da ist Ja, ich, ich Ich renne jetzt einfach Einfach zu A Die sind schon da Ja, die haben, die haben damit gerechnet, dass das wir kommen Scheiße, ich bin tot Ich hab ja wirklich ein Bot Die haben damit gerechnet Ja, ne, die haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass wenn wir gerade noch zu BG gespründet sind, dass wir jetzt zu A gehen Also, naja Mindestens haben sie mich nicht ohne, ohne Gegenwehr untergegangen Und wir haben sogar Waffenkisschen bekommen, ja Herzlich willkommen, aber schon nötig Chroma 2 Wow, die haben sogar Good, good Ich hab gedacht, die sind keine besonderen Ränge Simon Ja, also keine Veteranenabzeichen Fuchst du mal genau Was? Wen hab ich gekillt? Vorhin wurde es noch nicht angezeigt, aber die haben gute Ränge Wen hab ich denn bitte gekillt? Ich hab mich wundert, dass ich überhaupt einen Kill habe Ja, du hast einen Kill gemacht Also, ist Rocket League oder nether?